Und damit herzlich willkommen zu diesem Video, das jetzt erstmal sehr seltsam wirkt. Aber ich habe letztens so YouTube durchgestöbert und bin dabei auf ein Video von Corrupted gestoßen, in dem er einen ganz besonderen Persönlichkeitstest gemacht hat, der viel seltsamer, gruseliger und kranker ist, als man erwarten würde. Und eben dieser Persönlichkeitstest hat mir so gut gefallen, dass ich ihn euch gerne einmal zeigen will. Er heißt Watson-Scott-Test und so einen Test habt ihr bestimmt noch nie im Leben gemacht. Es gibt ihn auf Steam und ich möchte ihn mir jetzt mit euch einmal ansehen. Also, viel Spaß und mal sehen wie das um diese Uhrzeit wird. So, jetzt beginnen wir mal das Let's Play. Also der Test geht darum, dass man seine größten Ängste und alles mögliche, wovon man Panik hat, herausfinden soll. Und eben damit spielt dieses Spiel auch. Es versucht ihr Angst zu machen. Dieser Test ist designed, dass du verstehst, was deine tiefsten Ängste und dunkelsten Ängste sind. Klasse Englisch. Von mir. Für jede Frage suchst du die Antwort, welche am besten zu dir passt und welche die ehrlichste ist. Und am Ende gucken wir raus, was dabei rausgekommen ist. Ich bin ein bisschen gespannt. Das ist eine Art Horrorspiel. Und ich spiele normalerweise keine Horrorspiele, weil ich Horrorspiele absolut nicht abkann. Das ist vollkommen nicht meine Welt. Obwohl ich ein Horror-Youtuber bin und Horror-Games liebe. Bitte bemerke, dass normalerweise nur 13% der Teilnehmer überhaupt in der Lage sind, diesen Test zu beenden. Aufgrund von totaler Körperparalyse oder ich weiß nicht, was Cardiac Arrest ist, aber es könnte im Tod resultieren, möchte ich weitermachen. Wenn ein Spiel dir direkt sagt, dass es im Tod resultieren könnte, ist das immer, das sind meine Spiele. Während die anderen sich auf Pokémon, Smash und was weiß ich freuen. Spiele, die mir direkt sagen, du wirst sterben, mein Freund. Das ist meine Welt. Wie viele Minuten sind in einer Stunde? 60. Wenn ich einen Apfel habe und ich gebe dir zwei Äpfel, wie viele Äpfel hast du? Wenn du einen hast, ich gebe dir zwei, dann habe ich drei. Will er von mir, dass ich das Ganze wirklich ehrlich beantworte oder will er, dass ich irgendwas mache? Are you playing a game right now? Jo, das ist ein Spiel. Also es ist so cool gemacht mit dem, mit dem Visuellen, das ist echt krass. Are you sure it's a game? Ja, ich bin mir sicher. Warum ist der Rahmen rot? Das Ding hat kalibriert und ich kriege schon einen Herzkasper. Your test will begin now. Okay. Es regnet draußen und du gehst barfuß umher. Du machst einen Schritt nach dem anderen und trittst dabei auf eine Schnecke zwischen deinen Zehen. Du fühlst? Satisfied, guilty, jealous, disgusted. Ganz ehrlich, wenn ich auf eine Schnecke trete und sie zerbricht und dieser ganze Schleim quillt mir durch die Zehen. Natürlich ist es schade, dass ich eine Stecke getötet habe, aber in erster Linie fühle ich mich angewidert. Es klopft an deiner Tür. Du öffnest es und siehst eine alte Frau in zerfetzten Kleidern. Sie sagt, sie wird gerade verfolgt und möchte sich in deinem Haus verstecken. Was tust du? Ich sage ihr, dass sie Hilfe am Ende der Straße suchen soll. Ich biete ihr an, die Polizei zu rufen, während sie wartet. Ich lade sie schnell rein und ich sage nichts und schließe die Tür. Polizei. Definitiv würde ich ihr helfen, die Polizei zu rufen, aber man sollte nicht so viel... Obwohl, wie alt? Wenn das so eine 80-jährige Oma ist, dann lade ich sie sofort rein. Dann gibt es Kaffee und Kuchen und dann können wir drinnen mal weiterreden. Das klingt gerade so, als ob ich sie aufreißen will. Das ist nicht gemeint. Das ist nicht gemeint. Dein Haustier wirft dir eine tote Maus vor die Tür. Die Vorderbeine fehlen. Ich fühle mich stolz, disgusted. Ja. Disgusted wieder. Wenn mir mein Haustier eine tote Maus auf die Türschwelle legt, dann fühle ich mich auch angewidert. Ich zeige dir jetzt ein Bild, bitte studiere es. Die Bildung wird nicht bewegt. Okay. Okay. Oktopus-Armour. Das sieht da so ein bisschen aus wie das Yu-Gi-Oh-Auge. Das Anubis-Auge oder was das ist. Wie hat das Bild, oder was hat das Bild in dir ausgelöst, was du fühlst? Peaceful, Terrified, Nervous, Resentful, Nothing. Das Bild hat Nothing. Da habe ich nichts gespürt. Glaubst du an Geister? Alter, dieses Krack immer zwischendurch ist die Hölle. Glaubst du an Geister? Äh, nö. Viele Leute sind verwundert, dass ich nicht an Geister glaube. Äh, ich glaube an viele Horrorsachen und ich glaube, dass es Dinge gibt, die wir nicht erklären können, aber Geister nicht. Hast du jemals einen Geist gesehen? Nö, nur Fotos, aber das zählt ja nicht. Denk nach über den Raum, in dem du gerade bist. Hat jemals jemand da drin den Tod gefunden? Oder starb jemals jemand da drin? Ne. Okay, eine Ja, ich bin mir nicht sicher und noch nicht. Worauf will das Spiel hinaus? Funfact, das hier war meine Zahnarztpraxis und im Schrank lagen Zähne. Uh, hier ist ein Gesicht. Könnt sein, dass ihr das nicht seht, weil meine Bildschirmeinstellung ist sehr hell, aber hier ist ein Gesicht. Bitte zeige uns, wie sehr du zustimmst oder nicht zustimmst mit den folgenden Statements. Boah, mein Englisch ist heute wieder topnotch. Ich habe eine lebhafte Fantasie. Ja. Ich habe eine sehr lebhafte Fantasie. Denkst du häufig über die... Ich denke oft an Geister in meinem Haus. Nein, überhaupt nicht. Ich habe noch nie daran gedacht, dass hier Geister drin sind. Die wollen hier die ganze Zeit so Töne machen in den Ohren. Das nervt. Das ist so, als ob jemand neben mir ist und irgendwann mein Ohr sabbert. Aber nicht im schönen ASMR-Style, sondern im unangenehmen, jemand sabbert mir in mein Ohr-Style. Andere Leute würden sagen, dass ich ein Lügner bin. Nein. Ich denke, ich habe schon gelogen. Jeder hat schon mal gelogen, aber man hält mich nicht für einen Lügner. Denke ich jedenfalls nicht. Wer mich für einen Lügner hält, bitte nicht. Ich gucke häufiger über meine Schulter, um zu sehen, ob irgendjemand hinter mir steht und meinen Bildschirm beobachtet. Tatsächlich, tatsächlich, nicht, dass er meinen Bildschirm beobachtet, aber tatsächlich drehe ich mich häufiger mal um, um zu sehen, ob irgendjemand bei mir ist. Das ist so ein scheiß Spiel. Es ist ein unerwarteter Gast in meinem Haus. Nein. Boah, ist das unangenehm. Ich höre gerade auf einer Ohrmuschel, dass irgendjemand hinter mir steht. Niemand würde erfahren, wenn ich auf einmal verschwinde. Doch. Doch würden sie. Würden sie sowas von. Poesie ist die intelligenteste Art der künstlerischen Expression, der Ausdrucksweise. Poetik? Nein. Jetzt knackt es wirklich hinter mir. Deine Einstellung muss sich ändern. Ich habe einen neuen Algorithmus für dich generiert. Uh, jetzt macht er mir Poetik hier. Okay. Sag mir mal Poetik. Rosen sind rot. Mhm. Leise wie eine Maus. Also, Roses are red. Silent as a mouse. Your door is unlocked. I'm inside your house. Dafür müssen beide Türen unlockt sein. Ich wohne in einer Wohnung. Herzlichen Glückwunsch. Nur 41% aller Teilnehmer schaffen es normalerweise zu diesem Punkt in dem Test. Von nun an. Die Fragen werden viel intensiver werden. Do you wish to continue? Ja, das Video wäre sonst jetzt sehr lame. Viel zu kurz. Alter. Die Töne. Wie weit ist die nächste Polizeistation entfernt? Unter 15 Minuten zu Fuß. Ich wohne quasi daneben. Wie gut kennst du deine Nachbarn? Äh. Nicht Good Friends. Aber wir kennen uns. Also, mit meinen Nachbarn habe ich so ein Moin Digi. Moin Digi. Das ist so unser Verhältnis. Wir gehen auf der Straße und sind gegen Moin Digi. Und dann Faust. Geto Fistpump. Im Vergleich zum normalen Erwachsenen. Wie schnell kannst du rennen? Ich kann sehr langsam rennen. Obwohl auf ganz kurze Distanz. Ich bin über kurze Distanz sehr effektiv. Diese Geräusche machen mich wahnsinnig. Du kommst nach Hause und findest deine Vordertür weit offen. Und das Schloss ist zersprochen in tausend Teile. Was ist das erste, was du tust? Ich rufe einen Freund an und frage, ob ich bei ihm bleiben kann. Ich rufe die Polizei. Ich gehe rein und gucke durch jeden Raum. Ganz ehrlich, wenn ich das sehe, würde ich reingehen. Weil ich meine, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Einbrecher immer noch da ist. Es ist ja viel wahrscheinlicher, dass er die Sachen genommen hat und das weitergesucht hat. Er ist ja nicht so, erst klaue ich seinen Fernseher und dann lege ich mich für drei Stunden in seinen Schrank und warte, bis er kommt. Oder in sein Bett, dann pennt er da. Du bist alleine in einem Wagen auf der Spitze eines Riesenrads. 400 feet in der Luft. Und dann stoppt das Riesenrad. Ein Feuer ist unten ausgebrochen. Der Leiter des Riesenrads, der Typ, der sonst immer sagt, weiter, 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 sagt nun, jeder wird sterben, einen langsamen und schmerzvollen Tod. Aber wenn du springst, werde ich dich fangen. Was mache ich? Ich überlege erst über meine Existenz, bevor ich irgendwann langsam in den goldenen Flammen aufgehe. Ich springe vom Riesenrad und fliege davon, indem ich mir Flügel wachsen lasse. Ich schlage meinen Kopf gegen die Wand so hart, wie ich kann, bis ich bewusstlos werde und davon sterbe. Oder ich springe da runter und werde gefangen. Ich würde wahrscheinlich runterspringen. Also wenn ich so oder so sterbe, wenn das Feuer wirklich groß ist, dann sterbe ich ja sowieso. Ich werde dir nun ein Bild zeigen. Bitte guck ich es dir genau an. Das Bild wird nicht sprechen. Ist das ein Hund? Also es ist eine Spinne, das sehe ich. Ich habe keine Arachnophobie. Aber ist das hier ein Hund? So ein Husky? Wie hat das Bild dich fühlen lassen? Wieder nichts. Die Bilder haben nicht so den Effekt bei mir. Vielmehr haben die Geräusche, dass mich Herzrasen habe. Unschön, 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 unschön. Ich frage dich noch einmal. Spielst du ein Spiel gerade? Ja! Weißt du, dass ich eine nette Person bin? Das ist wie eine bessere Version von dem Mariam-Spiel, was ich schon einmal gespielt habe. Lügst du mich gerade an? Nein. Lügen ist verboten. Ja, es muss sein. Ach, diese Geräusche. Ich bin so... Bitte wähle eine der folgenden Sportarten, die du mal gemacht hast. Wrestling, Jiu-Jitsu, Mixed Martial Arts, Taekwon-Do. Keine der folgenden. Ah! Keine der... Ich habe Wingzong gemacht übrigens. Alles, was ich mit Wingzong im ersten Jahr gelernt habe, ist Stopp! Lass mich in Ruhe! Und diesen Schlag. Aber der wird mir auch nicht weiterhelfen. Bitte wähle eine der folgenden Industrien, mit denen ich in irgendeiner Art und Weise Erfahrung habe. Law Enforcement, Private Security, Secret Service, Military... Ja, keinem von denen. Obwohl ich kenne einen Anwalt. Oder ich hatte schon einen Anwaltkontakt. Ist das... Mache ich es richtig? Oh, ich hasse es. Wenn hier gleich ein Jumpscare oder so kommt, ne, dann bin ich sauer. If you saw me in the street, would you say hello? Wenn wir uns kennen, ja. Das Gesicht ist weg hier unten. Da oben ist dafür jetzt eins. Hey! Sehr seltsam. Was ist die nächste Nummer in der folgenden Sequenz? Alter. Mann. 10, 20, 30, 40, 50. Bitch. I'm inside your house. Was ist, als ob ich irgendjemanden da drauf schreibe? Ach, das ist... Was ist denn... Das ist doch nicht gruselig. Jemand schreibt mir rauf 50 irgendeine Zahl und dann... Ich bin hinter dir. Das ist nicht gruselig. Wenn ich eine Green Passer so schreibe, ist ja auch nicht gruselig. Deine bisherigen Antworten zeigen mir, dass ich sehr eine Kämpfe- oder Fliehreaktion zeige. Und sehr viel Stress zeige. Ja, Stress passt. Ich habe gerade Stress. Langsam atmen und runterkommen. Okay. Okay. Ich bin kaum. Ich bin kaum. Alles gut. Ich bin entspannt. Ich bin entspannt. Man sieht es mir vielleicht nicht an, aber ich bin entspannt. Okay, ich soll kurz weggucken vom Monitor und gucken, wo mein nächster Ausgang ist. Der ist da. Da kann ich raus. Da. Theoretisch da ein Fenster, wo ich raus kann. Und da ein Fenster. Und da ein Fenster. Aber da stehen Sachen davor. Did you look away from your screen? Ja. Nein, fuck you. Ich bin nett. Do you think I can tell when you look away from your screen? Nein. Ja, ja, ja. Maybe. Maybe. Do you feel safe in your house right now? Habe ich abgeschlossen? Ich glaube, ich habe abgeschlossen. Ja, ich fühle mich sicher. Ich hätte nur gerne, dass ich nur eine Ohrmuschel auf hätte. Hast du Spaß? Nee. Unsicher. I can see when you're lying to me. Ich lüge nicht. Es macht nicht so viel Spaß. Bitte ignoriere alle externen Stimulanten. Konzentrier dich nur auf diesen Bildschirm. Es sind keine unerwarteten Gäste in deinem Haus. Es sind keine seltsamen Sounds, die vom Inneren deines Hauses kommen. Löse deine Augen nicht vom Screen. Do you understand? Ja. Ja. Liar. What? Do you understand? Ja. Habe ich ihm schon gesagt. Don't move or you may die. Okay? Musik can help us relax. Singing is relaxing. What do you want to do with shoes? Jimmy's got the whooping call. And Jimmy got the measles. Jimmy. Pop goes the weasel. Yes. Das ist nicht schön. Oh weh, da kommt ein Jumpscare. Dann dreh ich ab. Dreh ich ab. Boah, ist das Geräusch unangenehm. Boah, wie lange hat Pop goes the weasel denn in Lyrics? Und irgendein Typ hat hier echt ein Problem. Ah! Ah! Ah Ah Hurensohn Ich habe den Watson-Scott-Test überlebt, weil ich habe 19 Minuten und 46 Sekunden gebraucht. Meine Analyse zeigt, ich habe einen festen Händedruck. Ich will stark gegenkämpfen, wenn ich irgendwie provoziert werde. Und ich werde misunderstood by P.S., was auch immer P.S. ist. Wenn eine alte Frau zu meiner Tür kommt und sagt, dann würde ich ihr anbieten, die Polizei zu rufen. Ich bin am meisten beängstigt, dass ich von einem unsicheren Balkon falle. Das passt. Das passt. Ich habe tatsächlich ein bisschen, also ich habe keine Höhenangst, aber das macht mir ein bisschen Angst. Mein Bein zittert gerade hardcore, weil ich hasse Jumpscares, ich komme damit nicht klar. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann sagt mir das Bescheid und dann machen wir noch den Bonus-Test. Ich bin erstmal fertig. Also, wenn euch das Video gefallen hat, sagt Bescheid und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten, was auch immer ich mache. Bis dann aber. Tschüss.